Hallo allerseits! Ich bin hier auf den Spa 1 Tag in Mellerichstadt und jetzt kurz am Märklin Stand. Wir haben hier auch ein Diorama aufgebaut, wo ein bisschen was auf und ab fährt. Hier eine Baurei 75-4, die schon ein bisschen länger im Programm ist, die hier auf und ab pendelt. Dann die E60 im Hintergrund. Und dann hinten noch eine E44 in Epoche 4 Ausführung und die S26, die ich auch in einem anderen Video schon mal gezeigt habe. Die Rauchentwickler sind hier im Stand ausgeschaltet, weil man hier die Messehalle nicht zu stark belasten wollte. Die Rufkirche ist hier im Dr. Quadratmeter durch den Ketten. Die Rufkirche stellt sich schon seitdem Ketten am Ende des Ketten. Der Ketten am Ende des Ketten Sch platz. Die Rufkirche ist hier im Norden. Wettbewerbsstelle in der Ketten am Ende des Ketten. Die Rufkirche darf ich heute an Thomas Lenklaß Machines. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sind jetzt hier die fahrfähigen Modelle und dann gibt es hier noch ein paar Vitrinen, die aufgebaut sind mit den aktuellen Modellen, einige frühere, einige aktuelle. Und hier vielleicht noch ganz schön, dass man hier mal die pfälzische S26 sehen kann, die ich selber auch noch nicht fotografiert habe. Die zeige ich jetzt hier einfach mal auf dem Video und ich schaue mal, ob man sich auch von der anderen Seite des Stands ohne Trennglasscheibe, ohne Schiebescheibe sehen kann. Gehen wir schnell außen rum. Dann sehen wir hier den Tender in diesem Lila, in dieser dunklen Farbe. Und hier die Lok nochmal. Dann sind hier auch die anderen Varianten aufgebaut. Vorne auf dem Diorama fährt ja auf und ab die Epoche 1 Ausführung. Und hier sind dann die anderen vier Varianten aufgebaut. Das ist jetzt die 15001, diese virtuelle Lok, die so realisiert wurde, wie sie hätte ausschauen können, wenn sie tatsächlich noch in der Deutschen Reichsbahn im Einsatz gewesen wäre. Und dann ist hier schließlich noch die Bayerische Epoche 2 Version, ohne die Kesselringe. Und hier noch das Köfferli zweimal. Und das war ein kurzer Eindruck vom Märklin-Stand hier auf den Spur-1-Tagen in Mellrichstadt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie auf meinem YouTube-Kanal wieder einmal vorbeischauen würden. Servus, Ihr Peter Bernstein.